Kommentare kommentieren mit Trashiger. Du, ich wollte dir erst folgen. Abo Nutella mit Butter? Vergiss es. Aber, Bruder, das war nur ein Scherz. Abo Nutella ohne Butter. Ich kaufe dir 100k Mac Menüs, wenn ich ins Video komme. Ja, weil ich auch 100k Mac Menüs schaffe. Meine ganz normale Frage, Cetric. Willst du mich mästen? Soll ich Excel werden? Willst du das? Du hörst dich an wie Knuspertoast. Also wirklich sorry, aber ich sehe da keine Ähnlichkeit. Darf ich aus deinem Schrank? Du fütterst mich seit 8 Jahren mit Salatblättern. Niemals du unterbelichteter Schrank bewunne. Sieh es ein, dein Arsch gehört jetzt El Cato. Trete doch mal im Discord bei der Link ist in meinem Profil.